so herzlich willkommen zu einem neuen video eigentlich wollten wir dieses video schon bei der letzten ich sag jetzt mal mit absicht late night einbauen für mich bleibt es aber die l8 night aber ihr regt euch immer so schön drüber auf deswegen sage ich dieses mal late night nächstes mal sage ich wieder l8 night aber egal wir sind heute bei benni mit diesem wunderschönen polo 6n der es so richtig in sich hat ich würde mal sagen so dass es so sleeper 2.0 in hannover auch eigentlich wollten wir dieses auto auch auf dem event begleiten haben allerdings vor ort selber schon zwei videos gemacht das ganze wurde dann wieder so hektisch chaotisch und so weiter dass wir uns gesagt haben das auto ist einfach zu cool dafür um das einfach auf dem event runter zu brechen und genau deswegen machen wir das jetzt heute und hier erst mal vorweg eigentlich ist das auto so ein perfektes beispiel dafür womit du so groß geworden ist eigentlich kann man schon sagen vor allem gerade mit dem 18 genau so der acht das waren ja mehr so ich sag jetzt mal so die die früchte aus den letzten zehn jahren dann aber das ist ja eigentlich so diese hardcore thematik wofür noch war früher bekannt war auf jeden fall polo 6n 188 erzähl mal kurz was ja wo fangen wir an ja also es ist erst mal ein umbau von 188 der steckt hier normalerweise hält nicht drin ich glaube die größten motoren hatten glaube ich 100 ps in den 6 n ja damit kann man nicht viel machen also erst mal 188 rein das war auch so dein erster motor nehmen eigentlich tut das ja genau der beschäftigt mich eigentlich durch ist ja vom kopf her auch sehr ähnlich zum beispiel mit einem limomotor naja egal da noch mal ganz kurz zwischen auch wenn ich unterbreche das war übrigens auch der grund wie ich damals zu björn gekommen war weil du nämlich mit dem 188 schon da warst ne stimmt so schließt sich der kreis wieder ja im prinzip nach allen regeln erst mal verstärkt den motor sprich klar das sind andere kolben das drin der motor ist von der verdichtung natürlich geändert also alle grundlegenden sachen die man halt erstmal in so motor macht hauptaugenmerk natürlich turbo lader in dem fall ist das ein efr 83 74 von das ding mit drei bar ladedruck eigenbaubrücke verrohrung ladeluft kühler und alles was dann halt dazu gehört andere nockenwellen wenn man hat es so stück für stück eigentlich aufgebaut immer weitergeboten immer weiter gebaut und ursprünglich hattest du ja den 18t motor auch mal im s3 ja schwarzer s3 der eine oder andere kennt vielleicht noch steht jetzt auch schon länger muss man wieder reanimiert werden wird reanimiert aber jetzt halt mit r30 ist weiterhin 1 8 oder 2 liter ist ein 1 8 ok zylinderkopf nockenwellen und so ein zinderkopf aktuell wirklich stock ist komplett original der kopf und einer mit großen kanälen ja genau für die dies nicht wissen die gibt es mit großen und mit kleinen kanälen in dem fall ist ein großkanal kopf big port genannt klar nockenwellen sind gemacht federn gemacht genau aber ansonsten ist der kopf unangepastet wie hoch dresden aktuell sie macht sie macht auch kurzzeitig auch schon mal acht gedreht oder sowas aber sie macht ja das ist das was ich mit limo mit hygros auch immer damals auch noch nie probleme gehabt und einer der wenigen der ein efr togo fährt hört ja aktuell immer viel gtw und so weiter efr relativ wenig noch ne stimmt wo die gibt es ja eigentlich relativ lange ich habe mir den relativ früh dann auch schon geholt und tipptopp also ich für ein vierzylinder muss ich sagen ist das ein sehr cooles konzept also der lager hat auch ein relativ langes band nutzbares band es bringt ja nichts nur wenn mal kurzschub da ist werden wir aber später auch sehen wenn wir den mal messen das ist wirklich ein langes nutzbares band ist und sonst komplett natürlich alles eigentlich ein bau als ein bau von abgasanlage drei kraftstoff also eine vorförder pumpe dann zweimal aus dem kettstank nach vorne e85 okay was ich halt bei dem auto so cool finde ist wenn es diese szene wie früher in hannover noch geben würde ich glaube dann wäre es dass sie jeden freitag haben mit dem bingoy unterwegs gewesen weil so mit den mit diesen speedline felgen und so sieht das ding halt wirklich bis auf den bügel hinten drin wenn er den noch aussehen würde würde man wirklich denken er ist so 18 jähriger erstes auto so in etwa war auch so sage ich mal sinn der sache hinten jetzt der bügel ist einfach nur ja wenn du auf veranstaltung das ding doch mal aufs dach drehst oder so jetzt muss man auch dazu sagen frontantrieb das hatten wir gar nicht aber schon umgebaut auf sechs gang ja genau sperre was für eine ist da drin eine peluquin habe jetzt nichts gegen getestet bin damit zufrieden funktioniert und sonst getriebe serie oder an den betrieben dann schon was gemacht nur eine vollwelle nur eine vollwelle nur eine vollwelle sonst keine gangabstützung nichts aber auch noch nie was kaputt gegangen was würde der theoretisch von der v max her laufen die nächsten je nach drehzahl ich glaube wir muss bis 340 übersetzt 340 im polo 6 enden wir natürlich auch mal muss ich mal vorstellen angenommen du fährst irgendwie so rs6 oder so und dann gibt es bei 300 erstmal die lichtung von dem weißen polo mit benni drin ja cool steuergerät ist ja auch immer so ein punkt ja ist eine max e zu machen die mache ich jetzt schon ein paar jahre und damit ich wirklich sehr zufrieden da hat ja jeder seins jeder jeder schwört auf seins ich habe mich damit auseinander gesetzt ja die gibt es in dem falle ist jetzt keine plug and play gibt es auch von 18 auch ganz oft plug and play lösung und ja da einfach die nachfrage da halt viel nach war habe ich mich halt auch dafür entschieden wo siehst du die vorteile der max e zu also warum ist hier drin ich hatte zum beispiel da vorne kms was cool ist und ich sag mal wenn du wenn du das auto wirklich für ein renntrim fährst und sowas auch keine probleme macht das auto hat damit auch abgeliefert und hatte dampf aber es gibt einfach wie soll ich das sagen es ist irgendwann stehen geblieben von der technologie wo dann zum beispiel die ecu master kam die max e zu oder auch diverse andere die dann einfach da weiter gemacht haben wo die irgendwann mal aufgehört haben wie ist das bei dem steuergerät mit klopfen oder das ist je nach variante aufgeteilt es gibt nichts nicht nur von max e zu ein steuergerät sondern es gibt dann welche in dem fall ist dann die race die kann auch klopferkennung die hast du auch drin in dem fall habe ich hier eine v1 drin die kannst nicht aber sonst wäre das möglich das heißt jetzt so beim abstimmen und so ist natürlich geil wenn die hausintern einfach eigenen prüfstand hast dann kannst du auch noch mal schnell gucken ja sonst geht es ja immer noch mit kopfhörer und dann halt ausfahren cool ja so viel schon mal zu diesem krassen sleeper wir müssen auf jeden fall irgendwann mal müssen wir so ein sleeper video machen wie wir so alles lieber die wir so zusammen kriegen wir alle irgendwie so einander stellen und mal einmal so vergleichen halten können wir gerne machen so am besten noch irgendwie flugplatz also dazu weil da kriegen wir schon mittlerweile okay letztes wochenende halbe meile eigentlich recht krasses ergebnis wir waren verblüfft man mal wie viel leistung das war was würdest du schätzen roundabout um 700 um 7 müssen müssen es dann hast du ja auch schon selber gesagt also 280 mit 700 ps ist schon dann ich sag mal bei mario's golf ging das ja auch der wog halt auch nur 920 kilo so ich weiß nicht was so ein polo wiegt der ist ein bisschen schwerer wird ein bisschen schwerer sein allein mit einer geklingten heckklappe hinten also ziemlich genau würde ich sagen wir haben ihn einmal gewogen vielleicht kannst dich daran erinnern da war kein kopf drauf ich meine es war 950 also um die 1000 dann kommt krümmerlader und so roundabout ja ich bin gespannt und meinst du das ist dann schon all in oder können wir da noch einmal steuergerät gucken ob vielleicht irgendwo noch mal ein quäntchen das müssen wir einfach schauen also der lader ist theoretisch glaube ich nur 100 ps eigentlich ne der lader kann eigentlich nur 750 der lader kann eigentlich nur 750 ach nee das war 91 80 90 80 kann sogar 1000 ok dann sind wir da natürlich schon schon weiter bei ja ok ich würde einfach sagen wir machen eine messung und dann gucken aber ich finde es immer wieder cool wie man sich man doch so verallt auch das macht einfach bock wenn man sonst nur in so anderen kisten sitzt jetzt wieder so sechs in der leite wo man schon wieder so schulter an schulter hier drin sitzt das macht nach wie vor einfach bock ist halt einfach immer immer mit sichern wie oft bist du auf deinem eigenen pusher eigentlich teckel ich gucke mir gerade mal hier alles im laptop ein bisschen an der hatte ich euch jetzt gerade leider nicht zeigen das machen wir dann gleich nach dem lauf zeigen wir euch mal ein bisschen was also noch ein paar kleinigkeiten hier und da aber also jetzt nichts kapital also ein ein motor früher machen wir mal da ist die laufbahn kennst du ja dann würde ich sagen schauen was da rumgekommen ist 724 785 nm das ist leistung an kupplung ja aber gar nicht so schlechte tipp ist für so ein kleinen giftwerk auf jeden fall schon eine witzige sache wie hört sich das von außen an renne total hört sich gut an so im vergleich vier zylinder zu sechs zylinder sechs zylinder schon sexy ist anders aber ich finde immer die vier zylinder die die bauen sich so krasser auf so ne ist es so ich finde so ein bisschen raviata aber man ich habe gerade schon gesagt man hat drin wirklich schon schön gespürt gespürt dass das vom so vom druck aufbau und so schon harmonisch ist klar kurve ist natürlich auch eine 1 genau kurve ist ein brett würde ich jetzt mal sagen und auch wenn man so guckt so ich sag mal ja so viereinhalb raucher so in dem dreh da fängt es ja so an loszugehen auf der straße kann man sagen so ab 47 das ding da genau wir haben jetzt hier nicht ganz so die last so viereinhalb und dann aber wirklich von fünf bis sieben acht volles ballett ne ja guck mal wie lange das ding eigentlich 700 hat ja klar hier theoretisch wirklich von 6 2 6 3 bis 7 8 über 700 krass 785 nm ist auch schon viel krass wenn man sich überlegt vier zylinder 800 nm bis du bei sechs zylinder bei 1200 schon drehmoment ist vorhanden das kann schon was ja wir können jetzt dazu ich habe es jetzt mal ein bisschen vereinfacht gemacht können wir uns die loks halt anschauen können jetzt sehen wie hoch wir gedreht haben das heißt für die die sowas jetzt noch nie gesehen haben hier unten haben wir einfach nur den zeitstrahl und auf der achse sind halt in den verschiedenen farben die verschiedenen werte genau ich bewege das mal damit man das ein bisschen versteht wir haben hier eine druck achse und wir haben hier eine drehzahl achse jetzt kann ich sehen ich steigere nach hier die drehzahl wie ich den lader antakte jetzt sieht man hier stehe ich mit 50 prozent ein hier muss ich ihn dann irgendwann schon einfangen weil sonst macht er was er will okay das heißt das heißt man sieht dass er heute wo haben wir drehzahl hier das genau zu dem zeitpunkt ist er da im kennfeld um ganz genau okay also jetzt das lockt er quasi mit wo du im kennfeld gefahren und jetzt kann ich natürlich auch genau gucken was ist zum beispiel ich sehe jetzt bei 54 da fahren wir lambda 081 das passt das ist gut ich sehe dabei gleich den kraftstoffdruck ich sehe die drossel klappe ist voll auf wir haben eine ansauglufttemperatur von 35 grad was natürlich auch ein traum ist was auch super ist so und jetzt so gehe ich dann hier einfach weiter und kann genau sehen was passiert ich kann jetzt natürlich noch mehr viel mehr anzeigen lassen wir haben es jetzt einfach nur überschaubar gemacht und man die linien halt besser deuten kann zum beispiel so zündwinkel und sowas das nehme ich mir normalerweise mit rein und auch zum beispiel eine korrektur weil wenn die ansauglufttemperatur steigt muss man auch irgendwann den zündwinkel dafür korrigieren und das macht das steuer kriegt quasi im hintergrund dann kann ich zum beispiel sehen wenn er das tut also das ist jetzt zum beispiel das laden druck kennen fällt man kann das auch unterschiedlich dann halt darstellen wenn man das möchte zum beispiel ich zeige ich gehe auch noch aus anders um mir das mal zu zeigen hier haben wir zum beispiel das ist ein teil vom kraftstoffkennfeld hier geht genau das gleiche jetzt kannst du sehen wo der durchfährt das ist natürlich jetzt so zum nachkorrigieren eigentlich perfekt so voll geil weil er auch passend dazu die lambda anzeigt und so genau weil ich sehe jetzt natürlich auch passend dazu ich brauche hier nichts irgendwie machen er fährt ja nur diesen bereich ab wenn er da zu fett ist oder jetzt zu nager dann pass ich seitdem entsprechend an und ja die darstellungen kann man dann dementsprechend halt ändern um ich sag mal die übergänge ein bisschen sauberer zu gestalten für die die jetzt nicht so direkt alle zahlen in einem blick sehen wer ungefähr da ist eine 3d ansicht immer noch mal ein bisschen genau du siehst jetzt aber hier auch zum beispiel ganz schön hier sieht man immer ein bisschen effizienz vom motor und zwar du kannst hier jetzt wunderschön sehen dass wir haben hier den druckaufbau der fährt den lock jetzt leider aus der fährt dann hier rein siehst wir haben hier zum beispiel 5000 eigentlich den höchsten kraftstoffbedarf und der fällt mit drehzahl ist erst mal gegen die theorie aber der der wirkungsgrad von so motor ja der ist einfach wahrscheinlich in diesem bereich am besten da brauche einfach viel sprit das ist nicht weil der druck sinkt dass da weniger wird dann einfach vom vom motortyp zum motortyp unterschiedlich wobei ja ich glaube dann hier vom wirkungsgrad her schlechter ist und oben wieder besser ist anders so genau jetzt hier vom wirkungsgrad schlechter und genau hier oben sind nockenwellen wahrscheinlich dann perfekt hier vielleicht auch ein bisschen zu viel überschneidung oder so aber trotzdem kann man viel machen tun lernen und so weiter dem ding genau krasse sache das heißt das waren jetzt gerade mal 40 prozent taktung vom racegate wir reden allerdings schon über 3,1 bar waren es gerade wir können jetzt theoretisch kann der sensor nur 3 bar messen das heißt es können auch schon mehr sein nee also ich glaube bis dahin passt es ziemlich genau weil ich habe jetzt einfach mal geschaut ja wenn ich jetzt 40 prozent fahr dann sind es genau drei bar und mit 43 prozent sind es dann 31 also es kann auch sein dass er jetzt noch 3,2 3,3 bar messen kann aber dann wird irgendwann ende sein dann müssten wir einfach das ganze externe aufzeichnen ja könnte jetzt aber einfach kurz den schlauch anschließen das heißt würdest du dem ganzen noch noch mehr zutrauen und gucken oder lieber so lassen und prober ja so ein bisschen können wir noch mal zumindest noch probieren wollen wir den druck noch mal aufzeichnen ja klar ich würde sagen ich würde sagen du tipperst mal kurz hier rum das soll benni lieber in ruhe und mit safen gedanken machen machen wir und dann geht's weiter kleinen aussetzer die ich weiß gar nicht man so gehört hat aber auf jeden fall verzeihen kann dass wir sind jetzt bei sage und schreibe 770 ps sofort gelandet und jetzt wirklich auch glatten 800 newtonmeter das heißt jetzt ein sprung von 50 ps da wird jetzt noch mal ein bisschen feintuning auf jeden fall angesagt sein genau also jetzt ist es quasi so ich müsste mir jetzt die locks angucken fein säuberlich und müsste jetzt schauen was war es jetzt was fehlen das trägersignal sind vielleicht schon zündaussetzer pustet dann funken aus kerzen dengeln lambda sah gut aus tendenziell zu fett jetzt muss man alles durch checken können wir mal die die einmal übereinander das wäre die letzte so siehst du perfekt und man sieht ja auch ich habe ja gesagt ab 6 5 und jetzt sieht man auch schön man sieht genau an der roten kurve ab 6 5 wo benni jetzt in der tabelle einfach fünf prozent mehr druck gegeben hat beziehungsweise fünf prozent mehr taktung wie hier leistung hoch geht ja das ding gleich doch ganz schön heftig hätte jetzt aber nicht gedacht das dann ja wie ihr seht ist noch potenzial da ja mal gucken wo die reise hingeht ich bin mir 100 prozent sicher dass wenn die mir in der woche schreibt ja jetzt sind es 8 50 ich weiß es nicht viel mehr interessiert mich jetzt auf jeden fall wie das ding fährt ja wirklich gespannt weil es ist halt eine polo achse so beim golf war ich ja schon skeptisch okay aber jetzt im polo bin ich wirklich gespannt also ich würde sagen wir schneiden ab und drehen mal eine runde das seht ihr aber im nächste video Bis zum nächsten Mal.